Hallo liebe Petschkes! Das habe ich schon länger nicht mehr gesagt. Tut mir leid, das Video kommt leider sehr spät für die erste Information, weiß ich. Es tut mir auch leid, ihr habt es ja gemerkt. Aber dieses Wochenende, also das vom 18.7. bis 19.7., können wir unseren Uploadplan leider nicht einhalten. Das hat arbeitstechnische Gründe und dass wir ein Projekt planen, das vom Umfang etwas größer wird. Ja, also wenn es zu dem Projekt Neuigkeiten gibt, teilen wir sie euch sofort mit. Wir haben noch keinen richtigen roten Faden gefunden, sagen wir es mal so. Statt den üblichen Uploads, also Final Fantasy, gibt es deswegen ein kleines Infovideo für euch. Erstens, wir haben uns dazu entschlossen, den Teilnehmern am Gewinnspiel von Slender doch einen Preis zukommen zu lassen. Das betrifft jedoch nur die Personen, welche sich an die Teilnahmebedingungen gehalten haben und das auch im Zeitraum des Gewinnspiels getan haben. Für die anderen, tut es mir leid, ehrlich, ich wünsche euch viel Glück für unser nächstes Gewinnspiel. Das wird auf jeden Fall kommen. Und das wird besser organisiert als das Slender-Gewinnspiel. Als Preis gibt es den Film Sinister, Bild hier eingeklemmt. Ja, das Bild ist hier eingeklemmt in eurem Computer. Befreit es, dann wird es euch töten, was? Nein. Trailer, packt euch mal in die Videobeschreibung. Ist ein guter Film, einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme. Hat mich sehr überrascht. Und dieses Bild in Postkartengröße. Ich finde es geil. Nur die verdächtige Färbung an meiner Hose macht mich etwas stutzig. Was wollte meine Schwester mir damit sagen? Ich weiß es nicht. Ich will es, glaube ich, auch gar nicht wissen. Danke für die Teilnahme. Wenn wir gerade bei meiner Schwester sind, ich möchte euch noch unsere nächsten Projekte vorstellen. Julia hat ja schon angekündigt, sie möchte die komplette Assassin's Creed-Reihe vorstellen und das ein oder andere kleinere Projekt dazwischen. Also es ist definitiv ein Riesenumfang, was sie geplant hat. Erik wird wie angekündigte Witcher 2-Let's-Playen und ein Überraschungsprojekt, das er mir auch nicht genannt hat. Bin mal gespannt. Meine Projekte, abgesehen von den aktuellen, sind Blood Bowl 2 für die One, The Witcher 3 für die One, The Nasty Warriors 8 für die One, äh, The Nasty Warriors 8 Empire, sorry, für die One, Space Marine für die 360, Ich hab den Zettel verloren. Ah, Bloodborne für die PS4, Until Dawn für die PS4, Rome 2 und Subnautica, Subnautica? Trailer in der Videobeschreibung für den PC. Wir sind jetzt auf allen Plattformen und dem PC vertreten. Yay! Die Reihenfolge der, äh, Projekte, überlegen wir uns noch, kann auch immer... Sorry, das ist der Verkehr draußen. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, die Reihenfolge, überlegen wir uns noch, kann auch immer sein, dass ein kleineres Projekt dazwischen kommt, je nachdem, was erscheint und zu dem, zu was wir gerade Lust haben. Wie gesagt, die Trailer packe ich in die Videobeschreibung. Was wichtiger jetzt ist, das ist der wichtigste Punkt, welche Spiele würdet ihr gerne von uns sehen? Schreibt's in die Kommentare. Plattform, also von der 360 bis One, PS3 bis PS4 und PC ist es egal. Spiele für den PC werden aber in der Prioritätsliste weiter nach hinten gesetzt, weil wir sind am aufrüsten. Das wird ein bisschen noch dauern. Wenn wir das Projekt starten, kann ich auch nicht genau sagen, kommt halt auf das Projekt an. Wenn es ein größeres Projekt ist, fangen wir eher früh damit an. Ja, ein kleineres Projekt schieben wir dazwischen. Also, es ist nicht so, dass wir erst unsere Wünsche abspielen und dann eure. Also, wir schauen einfach, was gerade passt. Dass wir nicht jetzt acht Rollenspiele hintereinander gemacht haben, zum Beispiel. Ist Genre, ist auch egal. Ihr könnt sogar noch schreiben, wer Let's Playen soll. Also, wenn ihr Erik völlig verplant in einem Horrorspiel sehen wollt, gerne, bitte. Das sehe ich mir zu gerne an. Natürlich muss die Person damit auch einverstanden sein und leider auch die Zeit haben. Wenn, dann kommen wir dem gerne nach. Wie gesagt, schreibt euer Wunschspiel und denjenigen von uns, der es spielen soll, in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ja, ab Montag geht es regulär weiter mit dem Strikesuit. Und am Schluss möchte ich euch nochmals ein riesen Dankeschön aussprechen an all unsere Abonnenten und Unterstützer. Ihr seid klasse. Wir freuen uns über jedes Feedback von euch und werden motiviert an der Sache dranbleiben. Und das alles for you. Bam!